Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Sebastian Schwab von der Intersys und ich darf Sie herzlich begrüßen bei unserem Infocast zum Thema Einflüsse der Pandemie auf die Cyber Security. Heute zusammen mit unserem Penetration Testing Team der Redbox InfoSec. Mit uns im Raum ist der Benjamin Kreis, der auch gleich mit präsentieren wird. Von mir auch nochmal herzlich willkommen an alle Anwesenden. Freut mich, dass so zahlreich erschienen sind. Um was es heute geht, ist vor allem die Einflüsse der aktuellen Corona-Pandemie auf die Cyber Security. Wir haben natürlich, viele von Ihnen wissen es selbst, was in dem letzten Jahr passiert ist. Es ist einfach sehr viel passiert, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft, in den Unternehmen. Es musste sehr viel umgesetzt werden. Es mussten sehr viele Dinge passieren, einfach damit die Unternehmen weiter überleben können in der aktuellen Pandemie, damit sie im Lockdown weiterleben können, damit die Arbeit weiter so funktionieren kann, wie die Unternehmen es gewohnt sind. Dazu kommen wir auch gleich nochmal genauer vorab, ganz kurz zur Redbox und zur Intersys. Die Redbox ist ein relativ junges Unternehmen. Bei uns gibt es seit 2017, wurde von meinem Kollegen Frederik Schee und mir gegründet. Wir sind seit 2019 Teil der Intersys-Gruppe und unser Gedanke ist, dass wir gemeinsam dafür sorgen wollen, dass unsere Kunden ruhig schlafen können und mit den wachen Augen durch den Büroalltag gehen. Das heißt, was die Redbox an sich macht, ist, wir machen den offensiven Part, so nennen wir das, der IT- und Informationssicherheit. Das bedeutet, wir schulen Mitarbeiter, wir schulen Unternehmen im sicheren Umgang mit Informationen. Wir prüfen Netzwerke und Web-Applikationen durch sogenannte Penetration-Tests und Schwachstellen-Scans. Das heißt, wir prüfen die Netzwerke auf ihre Sicherheit. Wie sicher sind sie aufgesetzt? Wie stabil halten sie tatsächlich gegen einen Hackerangriff? Wir führen IT-Sicherheitsstandards ein. ISO 27001 müsste dem meisten ein Begriff sein. Da geht es um Informationssicherheitsmanagement-Systeme. Die IEC 62443 ist eine relativ junge Norm. Da geht es um Industrial IoT. In dem Bereich helfen wir vor allem bei der Einführung eines sicheren Produktentwicklungszykluses. Da geht es darum, dass bei der Produktentwicklung vom Design des Produkts bis zum End of Life des Produkts IT-Sicherheit mit einbezogen wird. Außerdem beraten wir allgemein in der Informationssicherheit, stellen externe Informationssicherheitsbeauftragten und wie Sie schon gesagt haben, wir schulen Mitarbeiter, prüfen Mitarbeiter durch Phishing-Kampagnen, Phishing-Ordnets und nutzen Serious Gaming, um Cyber Security spielend an Mitarbeiter heranzutragen. Wir haben vorab auch eine kleine Umfrage vorbereitet, einfach mal, weil wir Ihre Meinung abholen wollten. Was ist Ihrer Meinung nach durch die Pandemie verändert worden in Unternehmen? Was hat sich geändert in Unternehmen? Was sind die Punkte, die sich im Unternehmen geändert haben? Was sind da so wichtige Faktoren? Nebenbei noch was zu mir. Benjamin Greis, ich habe mich ja schon vorgestellt. Ich habe zusammen mit Frederik Schiert das Unternehmen gegründet und bin zertifizierter Penetration Tester, also Penetration Tester mit OSCP-Zertifikat. Jetzt kommen leider keine Rückmeldungen, sehe ich. Ich weiß nicht, ob die Abstimmung nicht funktioniert oder ob tatsächlich keine Meinung ist. Ah, da tut sich was. Genau, wie gesagt, zu mir ganz kurz werden Sie abstimmen, dann kann ich einfach weiterreden. Wir sind zertifizierte Penetration Tester bei RedFox, das heißt, wir arbeiten mit einem Zertifikat von Offensive Security, was eine sehr praktische Testung, sehr praktische Prüfung für Penetration Tester. Beinhaltet. Siehst du die Ergebnisse, Sebastian? Dann könntest du mir die kurz vorlesen. Ja, schön wär's. Nee, ich sehe sie auch nicht. Sehr gut. Funktioniert sehr gut. Sie sehen schon, technische Probleme gibt es auch bei uns. Sie dürfen den Text auch einfach gerne in den Chat schreiben. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Da kann ich den aus dem Chat vorlesen. Einer, der Herr Füll, die hat auch gerade zurückgemeldet, dass er gar keinen Text eingeben konnte. Das heißt, er hat wohl bei dem Aufsetzen der Umfrage, was nicht funktioniert. Sie dürfen gerne auch Ihre Meinungen dazu einfach in den Chat tippen. Da nutzen wir das Chat-Tool dafür. Funktioniert wahrscheinlich am einfachsten. Genau, der Herr Füll, die schreibt die Anforderungen an ein papierloses Büro. Das haben sich auf jeden Fall geändert, durch die das stimmt. Das hat sich sehr geändert, vor allem, weil einfach sehr viel auf einmal remote passieren musste, weil sehr viele Leute auf einmal vom Homeoffice aus arbeiten mussten. Man konnte nicht mehr einfach zum Kollegen rüberlaufen, um was unterschreiben zu lassen, was auszudrücken. Was einfach auch in Stadtverwaltung zum Beispiel übergeben ist einfach nicht mehr so einfach möglich, wenn die ganzen Abteilungen eher getrennt arbeiten, man sich auch nicht sehen soll. Das ist natürlich ein sehr guter Grund. Wir haben uns natürlich auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Wir haben dazu auch ein paar. Deswegen wechsle ich nebenher mal wieder zur Präsentation. Genau, zu mir brauche ich nicht mehr viel sagen. Für alle, die mein Video nicht sehen, habe ich extra noch ein Foto hinzugefügt, damit Sie wissen, mit wem Sie reden. Kommen wir ganz kurz zur Agenda, was wir sehen werden. Wir hatten es gerade schon mit der ersten Frage. Wir kommen vor allem zuerst auf die Änderungen durch die Pandemie, die Sie alle kennen, die Sie alle schon erlebt haben im letzten Jahr. Fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Zeigen dann auch, was für Auswirkungen haben diese Änderungen durch die Pandemie auf die Systemlandschaft, auf die IT-Landschaft. Was ändert sich tatsächlich für Unternehmen? Anschließend eruieren wir darauf basierend die Bedrohung durch die Krise. Was sind die aktuellen Bedrohungen für Unternehmen? Was sind die Zielbranchen? Also was wird vielleicht jetzt mehr angegriffen? Was wird weniger angegriffen? Wie hat sich herauskristallisiert im letzten Jahr, wo die Angreifer eher zuschlagen? Was sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft? Wie kommen wir sicher durch die Krise? Und am Schluss werden wir uns in einem kleinen Talk, Sebastian und ich, kurz austauschen, werden noch auf Fragen von Ihnen eingehen, werden das Thema nochmal genauer bearbeiten. Damit ich was trinken kann, übergebe ich jetzt kurz für die nächsten Folien an Sebastian. Dann darfst du. Ja, nochmal kurz zusammenzufassen, die Änderungen durch die Pandemie. Ich meine, wir stecken alle schon seit langem drin. Und die Krise, wie geschrieben, stellt die Welt auf den Kopf. Es sind so viele Dinge auch im täglichen Leben, die sich einfach grundlegend geändert haben. Wir haben natürlich auch deren Auswirkungen dann auf diverse Branchen. Es gibt fast keine, die nicht zu kämpfen hat. Wir alle sehen es im Einzelhandel. Wie viele Städte und Innenstädte und Shoppingstraßen hatten nicht vorher schon, damit zu kämpfen, dass die Kunden ausbleiben. Jetzt bleiben sie erst recht aus, weil die Läden schließen mussten. Wir haben Millionen von Menschen in Kurzarbeit, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen oder weil in der Zuliefererkette zu denen, die nicht mehr arbeiten dürfen, einfach weniger Aufträge wieder da sind. Wir sehen es an der Gastronomiebranche und vor allem im Eventbereich. Die Gastronomen durften ja wenigstens zwischendurch mal wieder öffnen. Im Eventbereich durfte ja jetzt wirklich gar keiner arbeiten. Es waren ja keinerlei Events möglich. Und die gesamte Welt geht durch einen Auf und Ab der Gefühle auch so ein bisschen. Und da müssen wir auch alle durch. Nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen sind einfach gezwungen, dazu umzudenken. Privatpersonen hat mir so das einschneidendste Erlebnis war, ich darf keinem mehr die Hand geben. Früher galt ein Handschlag als Vertragsabschluss, als irgendwo auch Kaufabschluss. Ein Handschlag galt etwas. Heutzutage ist er verpönt. Und ähnliche Auswirkungen hatten wir einfach auch auf Unternehmen. Alle Unternehmen müssen sich auch irgendwo wie die Masken aufsetzen und sich verändern. Die Märkte haben sich verändert. Kulturen, ganze Kaufkulturen haben sich verwandelt. Online-Händler haben unheimlich viel Zulauf bekommen. Streaming-Dienste haben extremen Zulauf bekommen. Und so muss auch jedes Unternehmen irgendwo darauf reagieren. Es wurden Konzepte wie Click & Collect ins Leben gerufen, dass sich Einzelhändler Online-Shops zusammenstellen, indem man sich die Ware erst zusammenbucht, in den Warenkorb reinlegt und dann im Nachgang abholen konnte vor Ort. Einfach nur, damit deren Business irgendwo am Laufen bleibt. Auf der anderen Seite, und das ist ja gerade eben auch schon in Verwaltungen, hatten wir viele Herausforderungen, die einfach auch auf Homeoffice basieren. Also auf den Herausforderungen, die ein Homeoffice mit sich bringt. Ich kann in einem auf Papier basierenden Prozessablauf innerhalb von Unternehmen oder auch von Behörden einfach schwierig Unterschriften auch drauf bekommen. Wenn ich einen Aktenumlauf in der Behörde hernehme, dann läuft der mittlerweile viel, viel länger. Ich habe sogar von Kunden von uns erzählt bekommen, dass es mittlerweile teamweise ein rollierendes System gibt, in einer öffentlichen Verwaltung, wo eine Person des Teams an einem Tag immer dafür abgestellt wurde, im Büro zu sein, Unterlagen einzuscannen, den halben Vormittag für die, die im Homeoffice sind, und den halben Nachmittag damit beschäftigt war, die Unterlagen wieder auszudrucken, die die im Homeoffice verarbeitet haben, damit der Papierdurchlauf aufrechterhalten bleibt. Und so gab es sogar ganze neue Aufgabengebiete quasi. Ja, wie gesagt, online präsent zu sein ist Pflicht. Anders geht es nicht mehr. Das zeigt ja Click & Collect auch. Auch wenn sie uns alle zum Hals raushängen mittlerweile, die Videokonferenzen sind neuer Standard geworden. Ich glaube, jeder freut sich darauf, endlich mal wieder jemanden auch vor Gesicht zu haben, um auch Mimik wieder einschätzen zu können, die man so in Videokonferenzen gar nicht so recht wahrnehmen kann. Auch das Ganze drumherum. Der Mensch, wie er auftritt, Menschen bringen ja auch Wirkungen von deren Auftreten mit. Das haben wir alles nicht mehr. Und natürlich wurde von jedem mehr Flexibilität in der Umsetzung und Markterschließung gefordert. Jeder musste sich überlegen, wie kann ich denn einfach mein Business weiter betreiben oder zumindest mal am Leben erhalten. Freundlicherweise hat der Staat uns mit Förderprogrammen unterstützt, die explizit auch die Einführung von Homeoffice-Umgebungen gefördert haben. Ganz, ganz viele sind der Microsoft in die Hände gelaufen, in kostenfreien Teams, Testzeiträumen, beziehungsweise halben Jahr, Zeiträumen. Die Digitalisierung hat eigentlich überall an Wichtigkeit gewonnen, wenn sie nicht sogar zur ersten Priorität gemacht wurde. Sei es für die Kommunikation, aber auch für die gesamten Prozesse, die es in Unternehmen gibt. Weil keiner, der analog arbeitet, konnte im Homeoffice arbeiten. Und auch der Branchenverband Bitkom hat das gesehen und weist aber dann auch gleich darauf hin, dass es wirklich zu finanziellen Engpässen kommen kann, dass sich die Unternehmen auch Sorgen machen, weil weniger Einkommen ist. Sie müssen aber mehr investieren, um noch am Markt und am Leben zu bleiben. Genau, gerade dieses Gap ist, glaube ich, echt relevant geworden. Also, dass man, man muss mit Umsatzeinbußen kämpfen, viele Unternehmen sind in Kurzarbeit, es fehlt einfach Geld bei den Unternehmen. Zugleich muss ich aber, um am Leben zu bleiben, um weitermachen zu können, in neue Technologien investieren. Gerade wenn ich nicht viel gemacht hatte vor Corona, wenn ich nicht sehr digital war vor Corona, dann musste ich das alles jetzt in sehr kurzer Zeit nachholen, damit ich überhaupt ermöglichen kann, den Leuten von zu Hause einmal arbeiten, sicher von zu Hause zu arbeiten, damit die überhaupt weiter ihren Job machen können. Musste sehr viel passieren, gerade in kleinen, mittelständischen Unternehmen oder in Stadtverwaltungen, dass dort überhaupt die Arbeit möglich ist. Wir hatten es ja gerade schon auch von, von mir, Völdi, dass auf einmal viel mehr Anforderungen an papierlose, dass das irgendwie funktionieren muss. Und dann gibt es sehr viele selbstgestrickte, schnell gestrickte Lösungen. Das ist auch ein guter Schlag zum nächsten Thema gleich, wie Herr Schwab schon gesagt hat, dass dann vor Ort jemand Dokumente einscannen muss, um sie den Kollegen nach Hause zu schicken und sie danach wieder ausdrucken, damit sie wieder in einen normalen Umlauf kommen. Das ist natürlich, ja, eine der Auswirkungen auf die IT-Landschaft, sagen wir mal, dass sehr viel passieren musste, dass sehr viel auch sehr schnell passieren musste. Das heißt, viele Lösungen, die umgesetzt wurden, viele Dinge, die wir gemacht haben in dem letzten Jahr, die mussten sehr zackig passieren, die mussten sofort passieren. Vor März 2020 hat wahrscheinlich, ein Monat vor März hat noch niemand gedacht, dass jetzt in einem Monat, drei Monate lang alles stillsteht fast. Damit hat vermutlich so schnell niemand gerechnet. Und es hat auch sehr viele getroffen. Um aber weiterzuarbeiten, musste sehr schnell, sehr, sehr schnell Sachen umgesetzt werden, was natürlich auch dazu führt, dass nicht unbedingt die Sicherheit von Prozessen betrachtet wird. Das Ziel war einfach, das Ziel war einfach die Fortführung des Unternehmens. Die Arbeit musste irgendwie weitergehen. Das war allen klar. Wahrscheinlich hat im März auch noch niemand gerechnet, dass wir jetzt im Februar 2021 immer noch hier sitzen, wieder im Lockdown und immer noch mit diesen schnell gestrickten, kurzlebigen Lösungen teilweise auch arbeiten müssen. Und was wir auch sehen ist, dass natürlich alle froh darüber waren, dass es wieder läuft. Aber man sieht schon an den gestrickten Lösungen, gerade mit dem Beispiel mit dem Papierumlauf, dass viele Lösungen einfach, die alten Prozesse wurden genommen und es wurde irgendwie Digitalisierung in diesen Prozess reingepackt, drüber gestülpt, damit er weiter funktioniert. Es wurde aber selten betrachtet, kann ich nicht irgendwie die Digitalisierung direkt nutzen, um den Prozess zu digitalisieren, um dort weitere Fortschritte zu machen. Die ganze Arbeit hat natürlich auch IT-Abteilungen überlastet beziehungsweise überlastet sie teilweise immer noch. Vor allem auch nicht nur anfangs in der Einführung, als schnell, schnell Sachen passieren mussten, sondern auch mit der hybriden Arbeitsumgebung, die es jetzt gibt. Ich habe immer noch Mitarbeiter, die im Office sitzen müssen, einfach weil auch in der Produktion zum Beispiel immer noch Arbeiter sein müssen. Teilweise müssen auch Mitarbeiter weiterhin im Office sein, einfach damit dort jemand ist, damit das Office weiter funktioniert. Und die meisten arbeiten im Homeoffice. Das heißt, die IT, gerade in kleineren Unternehmen, in denen die IT nicht aus einer Mannschaft von 20, 30 Mann besteht, sondern in der vielleicht ein, zwei Personen, die IT machen müssen, der muss sich jetzt nicht nur um sein Netz im Office kümmern, sondern auch noch um die Homeoffice-Mitarbeiter, um die Probleme der Homeoffice-Mitarbeiter vielleicht auch. Habe ich Probleme? Funktioniert wieder ein Zugriff nicht? Komme ich wieder nicht auf irgendwelche Dateien? Kann ich nicht arbeiten und habe deswegen noch mehr Belastung auf der IT-Abteilung? Und ich kann Ihnen schon mal die nächsten Folien vorwegnehmen. Das wird nicht weniger. Das wird auch nach der Pandemie, in einer Zeit, in der wir mit Corona einigermaßen normal arbeiten können, trotzdem weiterhin ein großes Problem werden. Was natürlich bei der schnellen Einführung auch untergegangen ist, ist vor allem, dass bestehende Prozesse teilweise ignoriert wurden. Wir haben in Unternehmen sehr viele Prozesse aufgebaut, die auch die Sicherheit von Informationen, die die Sicherheit der IT gewährleisten sollen. Dort wurden Genehmigungsprozesse eingeführt. Es wurden Prozesse eingeführt, die vielleicht noch testen, extra Testdurchläufe für Software, bevor sie eingeführt wird. Viele dieser Prozesse wurden schlichtweg ignoriert oder mussten ignoriert werden in den Anfangszeiten der Pandemie und werden es teilweise jetzt auch noch, einfach weil es schnell gehen musste, weil schnell Lösungen gefunden werden mussten, die zielführend das Unternehmen weiterarbeiten lassen. Das ist an sich nicht zu verurteilen, weil das Unternehmen muss leben. Wenn es kein Unternehmen gibt, dann gibt es auch nichts, was hier operieren kann. Natürlich sollte man aber nicht vergessen, dass die Prozesse, die man jetzt eingeführt hat, auch nachträglich gesichert werden müssen, dass dort auf jeden Fall geschaut werden muss, ist es, was wir eingeführt haben, tatsächlich sicher. Wir haben Unternehmen, die haben Homeoffice-Lösungen eingeführt, da ist einfach der Remote Desktop extern verfügbar. Das heißt, die Mitarbeiter verbinden sich einfach übers Internet mit ihrem Rechner, was natürlich nicht unbedingt optimal ist. Wir haben Unternehmen, die haben TeamViewer als VPN-Software, als VPN, also als Homeoffice-Software benutzt. Das heißt, da hat er 24-7 auf dem Rechner des Mitarbeiters einen TeamViewer und jeder, der die neunstellige ID und die, weiß nicht, PIN-6-Stelle, glaube ich, kennt, kann sich auf diesen PC verbinden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die sicherste Variante, um was einzuführen. Data Loss Prevention ist auch ein sehr großer Punkt, gerade weil wir viele Mitarbeiter im Homeoffice haben. Wir haben Mitarbeiter im Homeoffice, die arbeiten auf privaten Geräten. Das heißt, die müssen wirklich auf ihrem privaten Endgerät arbeiten, weil das Unternehmen keine Software, Hardware zur Verfügung stellen kann oder will oder vielleicht auch nicht sieht, wieso das ein sehr wichtiger Punkt ist. Gerade wenn privat die Leute darauf arbeiten, kann es immer sein, dass Dokumente, die auf dem privaten Gerät vielleicht noch gar nicht hochgeladen wurden, irgendwann einfach verloren gehen, verschwinden oder dass auch dadurch Zugriff auf Cloud-Systeme, auf Cloud-Speiche etc. möglich sind und Daten gelöscht werden, ohne dass es geplant ist. Wie gesagt, der Grund war immer, dass es schnell gehen musste. Wichtig ist es aber auch, wenn es jetzt schnell gehen musste, dass wir im Kopf behalten, wir müssen diese Systeme, die Software, alles, was wir eingeführt haben, anschauen, um sie nachträglich sicherer zu machen. Was auch ausgeblieben ist, ist, viele Unternehmen hatten natürlich, wie jedes Jahr, für 2020 auch Umsetzungen geplant. In der IT die Abschaffung von End-of-Life-Hardware zum Beispiel. Vielleicht steht irgendwo noch Windows Server 2012, der abgelöst werden sollte, schon längst, der jetzt für 2020 budgetiert war, abgelöst werden sollte. Vielleicht gibt es noch Software, die alt ist, die abgelöst werden sollte. Viele dieser Themen sind leider immer noch in Unternehmen auf die lange Bank geschoben, aus Umsatzgründen und Kostengründen, weil aktuell einfach auch die Kapazitäten in der IT vielleicht nicht da sind, das Ganze umzusetzen, was aber bedeutet, dass die Angriffsfläche für die Unternehmen viel, viel größer geworden ist. Wir haben sehr viel mehr alte Infrastruktur, die nicht gepflegt wurde, weil 2020 einfach so ein Jahr war, in dem nicht viel von dem passiert ist, was eigentlich hätte passieren sollen. Das heißt, die Angriffsfläche, die wir jetzt haben, gerade mit Homeoffice, mit den, mit der Infrastruktur, die nicht ganz up to date ist, sind sehr, sehr viele, eine sehr, ja, eine sehr große Vergrößerung der Angriffsfläche quasi für Unternehmen. Gerade basierend darauf, wir nutzen diesmal den Chat statt der Umfrage, das ist sicherlich am einfachsten, wir haben jetzt viel über die Auswirkung gesprochen, über die, die Bedrohung quasi für Unternehmen, beziehungsweise die Auswirkung auch auf die IT-Landschaft, was sind denn Ihrer Meinung nach die Bedrohungen, die sich ergeben? Gerade jetzt, wenn wir die Prozesse anschauen, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Prozess haben, bei dem viel online gemacht wird, wir haben aber den alten Prozess quasi einfach nur Digitalisierung über den alten Prozess drüber gestimmt oder durch Homeoffice, was sind so Ihrer Meinung nach die Bedrohungen, die sich dadurch ergeben? Das doppelte Ausdrucken von Papier, weil es jemand im Homeoffice weiterverarbeitet hat, zählt jetzt nicht unbedingt als Bedrohung. Vielleicht die Bedrohung für den Regenwald, aber... Genau, sofern es keine Rückmeldung gibt, wir haben uns natürlich über die Bedrohungen auch Gedanken gemacht, wir sind nicht allein davon abhängig, zum Glück, dass Bedrohungen gefunden werden von unseren Teilnehmern, allerdings sehe ich, dass gerade jemand tippt, ich möchte niemanden vorweg greifen, deswegen würden wir noch ganz kurz laufen lassen, dass eventuell eine Rückmeldung im Chat auftaucht. Genau, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Grund, Hildi. PCs im Homeoffice sind teilweise nicht sicher, ja, vor allem nicht, wenn es eigene PCs sind und natürlich auch, es ist schwierig, haben wir einige Kunden, da sind die Mitarbeiter seit einem Jahr im Homeoffice, für die ist es natürlich auch schwierig, gerade wenn nicht über VPN gearbeitet wird, sondern auf andere Wege die Arbeit stattfindet, die können nicht mehr geupdatet werden, also die können nicht mehr zentral gemanagt werden, einfach weil sie die ganze Zeit im Homeoffice. Was natürlich ein sehr großer Punkt ist und wenn man auf privaten Geräten arbeitet, wird das Problem noch schlimmer, auf Privatgeräten haben wir gar keine Kontrolle als Unternehmen, als Verwaltung darüber, wie die gesichert sind. Wir können den Mitarbeitern nur sagen, ja, wäre schön, wenn das Gerät gesichert ist, allerdings haben wir keinen direkten Zugriff, wir können nicht schauen, was für Software drauf ist, wer greift da noch drauf zu, ist es vielleicht bei einem privaten Gerät auch ein Gerät, auf dem die Kinder spielen, Sachen runterladen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sicher sind, das heißt, da haben wir sehr, sehr wenig Kontrolle darüber, das stimmt, vor allem, wir haben nicht nur die Kontrolle ja nicht, wir haben ja auch keine Möglichkeit, da einzugreifen, im Zweifelsfall auf den Privatgeräten, also keinerlei Aktionen auszuführen, dass das Gerät irgendwo gesperrt werden sollte oder so, und so irgendwas. Genau, auch die Angriffsgefahr auf die Mitarbeiter ist natürlich größer, wir haben auch einen Punkt, Phishing-Mails, sind auch gestiegen, dem kann ich schon mal vorgreifen, Mitarbeiter sind einfach angreifbarer, wenn sie alleine im Homeoffice sitzen, ich habe nicht den Rückhalt, dadurch, dass ich noch Kollegen habe, wo ich mal schnell fragen kann, hey, schau mal, ich habe eine Mail bekommen, sieht die gut aus für dich, sondern der Mitarbeiter muss immer alleine entscheiden, ist das, was er gerade bekommen hat, valide oder nicht valide, könnte das eine Phishing-Mail sein oder nicht, der Zugriff auf die IT ist nicht immer so einfach, weil ich kann nicht einfach den Hörer greifen im Office und einfach die Durchwahlwellen von der IT, um kurz nachzufragen, ich muss immer eine Mail schicken, ich muss immer der Aufwand ist größer zu verifizieren, ob etwas wahr ist oder nicht und deswegen neigen Menschen öfters dazu, auch schneller selbst zu entscheiden beziehungsweise selbst zu reagieren, was manchmal dazu führen kann, dass ein Angriff auch eher durchgeht, als er durchgehen würde, wenn ich nicht im Homeoffice sitze. Ich habe es auch bei mir im Team gemerkt, es gibt zunehmend die Phishing-Variante, dass jemand im Namen des Chefs quasi eine E-Mail schreibt oder des Teamleiters und versucht so, die Mitarbeiter zu verwirren oder auf falsche Fährte zu führen, einfach nur, weil man ja jetzt davon ausgeht, dass sie nicht mehr in einem Raum zusammensitzen oder in einem Büro, sondern dass einfach alle Anweisungen auch von Chef zum Teammitglied per E-Mail kommen. Genau, und gerade in Unternehmen, in denen die Mitarbeiter noch nicht so, also gerade Unternehmen, die nicht so weit technologisiert waren, digitalisiert waren, sage ich mal, dazu kommen wir gleich auf der Folie, die ich aufgemacht habe, da ist es einfach noch ein sehr, sehr unbekannter Prozess, also dass man jetzt auf einmal per Mail miteinander kommunizieren muss, dass man jetzt auf einmal per Teams, per Chat kommunizieren muss, dass man nicht mehr einfach rüberläuft zum Kollegen und mit ihm redet, sondern dass alles per Mail passiert, das macht natürlich die Angriffsfläche für Phishing noch größer, weil jetzt viel mehr kommuniziert wird auf Wegen, die bisher nicht eingearbeitet waren, die im Unternehmen vielleicht auch so nicht als Prozess definiert sind. Eine Rückmeldung gab es noch zu temporären IT-Lösungen für Remote Mobile Home Office, dass die auch nicht auf dem aktuellen Sicherheitsstand gehalten werden. Genau richtig, also wie gesagt, das muss viel schnell gestrickt werden, das muss viel offen gemacht werden. Es gibt Unternehmen, die haben einfach den RDP nach außen verfügbar gemacht, ohne zu prüfen, ist der überhaupt safe, ist der überhaupt auf einem Stand, auf dem ich den nach außen verfügbar machen sollte, weil das Protokoll ja auch immer wieder Angriffsmöglichkeiten mietet. Das heißt, da wurde wirklich sehr viel sehr schnell gestrickt, das ist ein sehr guter Punkt, um einfach arbeiten zu können, Remote Mobile, und das muss alles up to date gehalten werden, das ist richtig, und das wird oft vernachlässigt, einfach weil es auch keinen Prozess gibt dafür, dazu komme ich gleich, indem das Ganze umgesetzt wird. Was wir auch sehen ist, wir haben sehr viel Unsicherheit im Unternehmen, und die Angriffszahlen steigen natürlich. Das heißt, die Angreifer, Hacker, die nutzen die aktuelle Corona-Krise natürlich zu ihrem Vorteil. Die wissen um die Systemlandschaft in Deutschland, die wissen natürlich, wie Systeme aufgebaut sind, wie die Systeme funktionieren, das ist denen bewusst, und auch, dass nicht alle Unternehmen sicher aufgestellt sind. Dadurch wird natürlich, durch das Steigen der Angriffsfläche, finden mehr Angriffe statt, die neuen Technologien und Prozesse, die eingeführt wurden, mit denen sich Unternehmen vor allem auch schwer tun, die Unternehmen einfach alte Prozesse nicht ersetzen, sondern sie drüber stülpen, wie wir es gerade hatten. Also, das ist ein ganz gutes Beispiel tatsächlich mit dem Papierbüro, wo der Mitarbeiter das einscannt und dann per Mail rausschickt, um es dann wieder auszudrucken. Das zeigt einfach, dass Digitalisierung genutzt wurde, um sie einfach auf alte Prozesse zu stülpen und nicht lang geplant wurde, wie kann ich den Prozess ersetzen, sinnvoll ersetzen, was natürlich auch neben der Angriffbarkeit der Prozesse dazu führt, dass Mitarbeiter einfach mehr Geld dafür ausgeben, diesen Prozess irgendwie am Leben zu halten, den alten mit neuer Technologie. Ja, nicht nur das, sondern es ufft irgendwann auch in der Überlastung der Mitarbeiter aus, weil man für denselben Prozess mehr Arbeit leisten muss, aber deswegen nicht mehr Zeit viel. Genau, wir hatten auch noch eine Rückmeldung, das ist natürlich vor Corona sehr wenig Zertifikate eingesetzt worden, gerade im Mailverlauf zum Beispiel, um sicherzustellen, wer ist mein Gegenüber, ist der vertrauenswürdig, weil ja auch das Vertrauen im Büro natürlich groß ist. Ich sehe meine Mitarbeiter, wenn ich mit denen was austausche, dann weiß ich ja, dass es mein Mitarbeiter ist. Es gibt natürlich keine, also momentan auch immer noch weniger Zertifizierung, wie verifiziere ich tatsächlich, kommuniziere ich mit der richtigen Person, was für Phishing auch ein sehr großes Thema ist. Und die aktuelle Situation wird natürlich, das stimmt, rücksichtslos ausgenutzt. Wie gesagt, Hacker nutzen natürlich aus, dass momentan die Situation schwierig ist für Unternehmen, dass neue digitale Projekte eingeführt wurden, schnell, schnell, ohne viel darüber nachzudenken und über alte Prozesse einfach nur gestrückt wurden. Das zeigt sich auch in der Steigerung der Angriffe. Wir haben einen Anstieg der Angriffe auf Remote Desktop Verbindungen um 778 Prozent laut einer Studie. Das heißt, fast verachtfacht hat sich der Angriff auf Remote Desktop Verbindungen, einfach weil viele davon online geschalten wurden, freigegeben wurden und nicht dafür gesorgt wurde, dass die auch gesichert wurden. Wir haben auch einen Anstieg durch Phishing-Mails, Phishing-Angriffe, natürlich am Anfang vor allem oft mit Corona-Bezug. Da wurden Mails verschickt, dass neue Hilfen ermöglicht werden vom Land, gefakte Mails, dass die Corona-Hilfe genehmigt wurde mit Links, auf die man klickt, eine solche Dokumente, die man runterladen muss. Das heißt, Corona hat natürlich Angreifern auch ein sehr viel, sehr großes Portfolio gegeben, mit dem sie Angriffe durchführen können. Hat ihnen sehr viel Futter gegeben, quasi, mit dem sie Phishing-Mails schreiben können, mit dem sie sich, mit dem sie einfach arbeiten können. Und mehr Phishing-Mails führt natürlich zu einem ganz wichtigen Punkt, dass Mitarbeiter zunehmend das Ziel von Angriffen werden. Das haben wir vor Corona schon gesehen, dass der Mitarbeiter immer mehr in den Fokus krimineller Gruppen rückt. Das wird aber durch Corona nochmal verstärkt, einfach dadurch, dass die Mitarbeiter sehr, ja, nicht alleingelassen, aber halt getrennt von den anderen Mitarbeitern sind, dass sie getrennt arbeiten, dass sie im Homeoffice verarbeiten. Es stimmt, es gibt sehr viele Lösungen, Herr Göltener, die nicht so ins Netz gehören, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die das so so speziell oder so definitiv nicht wissen und dann einfach machen. Denken Sie mal danach, ob Ihr Zahnarzt genauso viel IT-Wissen hat, wie Sie. Genau, also zum Beispiel auch die Sache mit dem TeamViewer, ich meine es ja auch per se einfach grob vorlässig den zu benutzen als Umgebung, Lösung für eine VPN-Verbindung, also um eine Verbindung ins Unternehmen aufzubauen, weil das ja auch per se einfach nicht wirklich sicher ist. Vor allem das 24-7 laufen zu lassen ohne Kontrolle, das ist natürlich, schlägt in die gleiche Kerbe auf jeden Fall. Aber das ist leider oft so, wir haben natürlich viele, gerade im KMU-Bereich, viele Unternehmen, die einfach mit sehr wenig klarkommen müssen, also auch sehr wenig IT und bei den ganz kleinen Unternehmen, beziehungsweise bei den ganz kleinen Selbstständigen auch, die einfach alles selbst machen müssen, die oft auch gar nicht das Know-how haben und auch nicht die Mittel, das Know-how unbedingt einzukaufen, ist natürlich immer schwieriger für die, sich sicher aufzustellen, ohne dass sie jemanden hinten dran haben, der sie unterstützt. Deswegen, die Ursachen für Cyberangriffe sind häufig der Mitarbeiter bei größeren Unternehmen, bei KMUs, bei alles, was Mitarbeiter hat, die auf Fishing reagieren könnten und technische Fehler, also dass wirklich Software nach außen verfügbar gestellt wurde, vor Software verfügbar ist, Software da ist, die nicht auf dem neuesten Stand ist, die nicht geupdatet ist, dann hängt da ein Webmailer zum Beispiel, der hat eine Version von vor drei Jahren und die Version, die da läuft, die lässt sich super einfach ausnutzen. Dann gibt es VPN-Software, die jetzt ganz viel eingeführt wurde, die auch nicht unbedingt immer gepflegt wurde. Wir hatten einen Kunden, bei dem war es ein Fehler in der VPN-Verbindung beziehungsweise in der VPN-Software, der dazu geführt hat, dass das ganze Unternehmen angegriffen werden konnte. Homeoffice dient natürlich für so Angriffe als Multiplikator. Homeoffice dient natürlich dazu, die Angriffsfläche beziehungsweise die nach außen verfügbaren Systeme, damit die Angriffsfläche des Unternehmens sehr viel zu vergrößern. Je mehr ich nach außen verfügbar machen muss, damit meine Mitarbeiter arbeiten können, umso größer mache ich natürlich die Angriffsfläche. Gerade wenn ich nicht, wie wir es vorraten, die Kontrolle zu 100% über die Geräte, über die Endgeräte, mit denen gearbeitet wird, habe, auch wenn es Firmeneigene sind, wenn die vielleicht so lange schon nicht mehr im Office waren, dass die gar nicht mehr richtig auf dem neuesten Stand gehalten werden können und auch nicht mehr den Prozessen unterliegen, die es normalerweise im Unternehmen gibt, weil die Mitarbeiter nicht mehr jeden Tag ins Office gehen dürfen. Also nicht mal gehen müssen, sondern gehen dürfen. Was man sieht, die größten finanziellen Folgen entstehen immer noch durch Ransomware, so ein Ransom kostet einfach mal 50.000 aufwärts, kann auch viel teurer werden, allerdings geben die sich mit relativ niedrigen Werten zur Verfügung. Angreifer orientieren sich in der Regel immer daran, was kann mir das Unternehmen zahlen und wissen, dass es, also muss man quasi den Angreifern zugute halten, die kennen sich sehr gut aus über ihr Opfer, das heißt, in der Regel wissen die auch die Gewinnzahlen der letzten Jahre und orientieren ihre Ransom dann teilweise an den Gewinnzahlen aus, zum Beispiel 2019. In der Regel auch versuchen die Angreifer auch nicht das Unternehmen in den Ruin zu treiben, weil wenn ich denn ein Unternehmen habe, das mir einmal Geld gezahlt hat, dann tut es das in einem halben Jahr bestimmt auch wieder, wenn sie wieder ein bisschen Geld gesammelt haben. Ja. Also deswegen, wie gesagt, und Ransom ist deswegen ein großer Punkt, weil das sehen viele nicht direkt, Ransomware kostet nicht nur die Ransom, also kostet nicht nur das Lösegeld, das man zahlen muss, in der Regel geht damit ein hin, dass man seine ganze Infrastruktur neu aufbauen muss. Wenn ich es nicht tue, sondern ich einfach entschlüsseln lasse, quasi, dann ist ja das Loch noch da, die Lücke noch da, dann sitzen die Angreifer vielleicht sogar noch auf meinem System und kommen einfach in drei Monaten wieder. Ist theoretisch auch möglich. Das heißt, die Lösegeldkosten an einem Ransomware-Angriff sind meistens sogar im Vergleich zu den anderen Kosten gar nicht die teuersten, allerdings, wenn man es neu aufsetzen muss, ist natürlich auch die Frage, wieso zahlt man Lösegeld? Ja, aber es ist ein anderes Thema. Im Chat noch, die Hacker scheuen nicht mal zurück, Krankenhäuser, Gesundheitsbehörden lahmzulegen, um Lösegelder zu erpressen. Ist richtig, die Kriminalität gilt natürlich ganz klar, wo ich mehr Schaden anrichten kann, wo ich mehr Angst machen kann, kann ich mehr erpressen. So funktioniert das da leider. Genau, was auch eine aktuelle Studie eines Allianz-Industrieversicherers zeigt, also Versicherer der Allianz für die Industrieunternehmen, dass Angriffe in der Corona-Krise zunehmen, dass sie aber auch andere Schadensfälle abnehmen. Also, dass die Allianz, also die Versicherer sehen, dass die Angriffe tatsächlich zunehmen. Es kommen mehr Fälle rein, die für Cyberschäden, also die als Cyberschäden gelten. Dafür nehmen andere Schadensfälle ab, was natürlich auch ganz klar ist, weil die Menschen sind nicht mehr im Unternehmen, die Lieferketten sind kleiner, es wird weniger, die Zulieferer liefern nicht so viel, das heißt, alles andere hat abgenommen. Was zugenommen hat, ist das Cyberleben quasi des Unternehmens. Dadurch wird natürlich auch da mehr Schaden generiert. Und es wird laut des Versicherers zumindest auch anhalten, das heißt, es wird ein anhaltender Prozess sein. Auf jeden Fall haben die, wie soll ich sagen, Unfallschäden in Zeiten von Ausgangssperren sicherlich abgenommen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Genau. Kommen wir ganz kurz zu den Zielbranchen, also zu den Branchen, die tatsächlich getroffen werden durch diese Angriffe. In der Regel sind immer alle Branchen betroffen, kann man sagen. Also es gibt keine Branche, die nicht durch Angriffe betroffen ist. Was wir aber sehen während der Corona-Pandemie, dass nicht in allen Branchen die Zahlen gleich steigen. Das heißt, nicht alle Branchen werden durch die Corona-Pandemie gleich viel mehr betroffen als zuvor. Es trifft vor allem Branchen mit einem eher niedrigen Sicherheitsniveau, da kommen wir wieder auf den Punkt auch vom Herr Gölner-Zurückfeuer, die in der IT einfach nicht so gut aufgestellt sind und in der IT-Sicherheit noch weniger gut aufgestellt sind. Die sind eher Hauptziel, weil viel gesucht wird einfach nach einfachen Schwachstellen, mit denen ich schnell in ein Unternehmen angreifen kann. Branchen, die an sich schon vor großen Herausforderungen stehen durch Corona, also die aktuell schon sehr betroffen sind, stehen vor großen Herausforderungen. Die werden auch zusätzlich noch gern angegriffen, einfach, weil sie nicht alles leisten können, weil sie nicht alle Sicherheit gewährleisten können, weil sie Dinge einführen müssen, um zu überleben, die eventuell vielleicht nicht so ganz sicher sind. Davon sind besonders auch betroffen, gerade Logistikindustrie oder die Fertigungsbranche allgemein und der Einzelhandel. Jegliche Branche, die irgendwo einen Investitionsstau hat, also wir haben auch viel gesehen, dass in der Automobilzuliefererbranche, denen es ja schon seit Jahren schlecht geht, einfach der Investitionsstau gerade in Sicherheitsmaßnahmen oder auch in infrastrukturelle Themen zurückgestellt wurden und klar, das ist ein leichteres Angriffsziel. Genau, wie gesagt, es ist nicht unbedingt abhängig von der Größe des Unternehmens, sondern eher von der Aufstellung des Unternehmens aktuell und wie einfach das durch die Corona-Änderungen, die es gab im Unternehmen, auch angegriffen werden kann. Genau, Einzelhandel ist vor allem der Einzelhandel, meint er jetzt, durch Corona tatsächlich in Schwierigkeiten kommt, dazu nicht der Lebensmitteleinzelhandel, der ja boomt, sondern die Einzelhändler, die nicht Lebensmittel produzieren und deswegen aufgrund der Lockdown-Richtlinien einfach komplett schließen müssen und sich darum kümmern müssen, dass sie einen Online-Auftritt irgendwie kriegen, dass ich irgendwie sichtbar bin. Wenn ich nicht mehr sichtbar bin, wir hatten es vorher davon, dann bin ich in der Corona-Pandemie verloren. Wenn ich online nicht auftrete, online nicht sichtbar bin, dann kann ich meine Waren nicht mehr verkaufen, dann bin ich quasi weg. Dann bin ich nicht mehr existent, weil die Mitarbeiter, weil die Leute bei mir nichts mehr kaufen können. Deswegen haben viele irgendwie Shops aufsetzen müssen, viele auch, die einfach das Geld zu dem Zeitpunkt nicht hatten und auch nicht den Background, um so einen Shop sicher aufzusetzen. Da wird dann irgendeine Lösung genommen, die halt funktioniert, die ich online zusammenklicken kann, die vielleicht einigermaßen Sicherheit hat, aber das sind auch Unternehmen, die eventuell kein Patch-Management haben oder auch nicht wissen, wie Patch-Management funktioniert, damit diese Lösung aktuell gehalten wird. Und gerade sowas kann natürlich im Unternehmen auch sehr schnell dann sehr viel Schaden zufügen, gerade wenn man sowieso in der Krise ist, man sowieso schon gebeutelt ist durch die Krise, wenn man dann darauf noch einen Schaden bekommt, noch Ransomware bekommt, das komplette System verschlüsselt ist, gibt es viele Unternehmen, die dann einfach unter der Last zusammenbrechen könnten. Genau, kommen wir zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zu den direkten Auswirkungen wird Sebastian noch kurz was sagen. Die direkten Auswirkungen haben wir ja eigentlich alle schon mal gesagt, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Klar, jeder hatte, jedes Unternehmen oder jede Einrichtung hatte finanzielle Folgen durch die Pandemie, sei es Umsatzeinbrüche, sei es durch den Prozessumbau auf digitalisierte Prozesse, in welcher Form auch immer. Es gibt zusätzliche Belastungen durch die Einflugung von Homeoffice. Das ist nicht nur die zusätzliche finanzielle Belastung, sondern auch die zusätzliche personelle Belastung. Auch durch die Verteilung von Usern, hatten wir vorher schon mal angesprochen, sind auch mehr Angriffe möglich, weil man einfach nicht mehr so nah zusammenarbeitet. Das ist das eine, weil Menschen nicht mehr so nah auf einem Haufen sitzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz, ganz viele, die im Homeoffice einfach eine Doppelbelastung unterlegen sind, wer Kinder zu Hause hat, nicht in die Kindergarten oder in die Schule gehen konnten. Da war der trotzdem irgendwo so ein bisschen angehalten oder hat sich selbst dazu verpflichtet, nebenher zu arbeiten, während die Kinder auch da sind. Das führt zu einem höheren Stresslevel bei den Menschen und was wir, wenn wir Phishing-Kampagnen bei Unternehmen machen, was wir als häufigsten Grund angegeben bekommen, warum jemand eine simulierte Phishing-E-Mail öffnet, ist, ja, ich wollte noch schnell schauen oder ich war kurz abgelenkt, ich hatte, meine Kinder sind da rumgesprungen, deswegen habe ich nicht so direkt geschaut, also war ich nicht so aufmerksam und war irgendwo abgelenkt und auch das versuchen natürlich alle auszunutzen und klar, wenn jetzt in der Zeit ein Unternehmen, ein Erpressungsfall dann eintritt, dann kann der ganz schnell in den finanziellen Ruin einfach treiben. Dafür gibt es leider keine finanziellen Hilfen vom Staat. Was ein bisschen Folgen daraus sind, ist der Investitionsstau, der wie gesagt in manchen Branchen sowieso schon vorhanden war und jetzt eigentlich nur noch mehr verschlimmert wurde. Wir haben gesehen, dass in infrastrukturelle Erweiterungen oder infrastrukturelle Anpassungen oder Aktualisierung wurde quasi kein Geld mehr investiert. Da sind eigentlich alle Investitionen aufgehoben worden. Keiner wusste am Anfang der Pandemie, wie geht es weiter, wann gibt es überhaupt oder wird es überhaupt ein Ende geben und wenn ja, wie sieht das aus? Wir haben ganz viele neue Tools, die eingeführt wurden, aber wie Benjamin vorher schon erklärt hat, eigentlich über die bestehenden Prozesse drüber gestülpt wurde und keiner hat sich wirklich Gedanken dazu gemacht, wie kann ich den Prozess anpassen, damit ich das Tool sinnvoll nutze, damit es mir nachher wieder einen Benefit innerhalb meiner Prozesse bringt. Deswegen werden jetzt auch Prozesse wieder verschlankt werden müssen. Die Tools wurden ganz häufig ohne die Betrachtung von Sicherheit, also IT-Sicherheit oder auch Datenschutz eingeführt. Man hat da viele Kompromisse geschlossen und die ganzen Kompromisse, die geschlossen wurden, werden auch nach der Krise zu einer zusätzlichen Belastung für die IT führen, weil man auch da überall aufräumen muss. Also die IT, die jetzt sowieso schon quasi überlastet war mit all dem, was neu eingeführt wurde oder schnell on the fly dazugenommen wurde, wird dann noch zusätzlich nachgelagert belastet werden. Genau, das ist eigentlich die wichtigste Folie, ich gehe noch mal ganz kurz eines zurück, das ist eigentlich die wichtigste Folie des heutigen Vortrags, das sind vor allem die versteckten Kosten, die versteckten Aufwände der Corona-Pandemie, die aktuell nicht bei allen auch so auf dem Schirm sind. Genau wie ich es vorher hatte bei Ransomware, dass die Kosten des eigentlichen Befalls im Vergleich zu den nachfolgenden Kosten mit der Neuaufsetzung der Infrastruktur eher minimal sind, ist es bei der Pandemie genau das Gleiche, wir haben sehr viele, wie es der Herr Schwab gerade schon gesagt hat, wir haben sehr viele Investitionen, wir haben sehr viele Dinge, die einfach aufgeschoben wurden, die nicht gemacht wurden, die jetzt anfallen werden und wir hatten aktuell schon ein Jahr lang eine sehr hohe Belastung für die IT-Abteilung und wir werden die in Zukunft weiter tragen müssen, weil alles nachgeholt werden muss. Viele Jahre lang sind wir auch in Deutschland gefühlt der Digitalisierung hinterhergelaufen und jeder hat gesagt, wir hängen hinterher und die ganze Welt ist weiter als Deutschland, aber wir hatten nie irgendeine Auswirkungen daraus gespürt, es gab nie einen direkten Impact, bis Corona kam und jetzt rechnen sich so ein bisschen die aufgeschobenen Investitionen, weil man noch keinen Vorwurf machen kann, weil auch das konnte ja keiner vorhersehen, außer Bill Gates, der es vor drei Jahren schon mal gesagt hatte, aber auch der hat nicht mit den Reaktionen gerechnet damals, glaube ich, dass er jetzt völlig verflucht wird dafür, dass er eigentlich den richtigen Schritt gewählt hat und die Menschheit oder auch die gesamte Welt davor gewarnt hat, dass wir darauf nicht gewappnet sind. Genau, und gerade, also es wird nicht alles verschwinden, was durch Corona eingeführt wurde, das heißt, alles, was im Unternehmen eingeführt wurde, eingeführt wurde, davon werden Teile bleiben, es wird auch ein Teil des Homeoffice bleiben, es gibt, ich habe das letztens erst wieder gehört von einem Unternehmer, der meinte, ja, wenn Corona dann vorbei ist, dann arbeiten wir wieder wie früher, das wird nicht passieren, es wird kein Vor-Corona-Stand im Unternehmen mehr geben, man wird nicht alles zurückrollen können, man wird nicht alle Tools, die man eingeführt hat, alle Prozesse, die man jetzt angepasst hat, über ein Jahr lang zurückbekommen, das wird nicht funktionieren, das heißt, es wird ein neues nach Corona IT-Infrastruktur Modell in Unternehmen geben, das wie geartet auch funktioniert, man kann Teile davon zurückfahren, auf jeden Fall, es wird aber definitiv Auswirkungen auf die zukünftige Landschaft haben, der Glaube, dass man alles zurückdrehen kann, dass man danach wieder arbeitet, wieder vor, das wird nicht funktionieren, weil sich die Kunden, die Mitarbeiter, die Zulieferer, die Interessenten, alle an dieses neue System teilweise gewöhnt haben, das heißt, gehen Sie nicht davon aus, dass es einen Stand gibt, wie 2019, in dem alles wieder funktioniert, wie vor Corona, das wird es nicht geben. Genau, kommen wir zum letzten Punkt, wie kommen wir sicher durch den Rest der Krise, oder wie können wir uns nach der Krise wieder sicher machen, nur ganz kurz, ein kurzer Punkt dazu, was sehr wichtig ist, Investitionen in Cybersecurity wurden vernachlässigt in der Krise, das heißt, im 2020 wurden die Investitionen in Cybersecurity sehr vielen Unternehmen aus den bekannten Gründen, die wir jetzt sehr lang und breit die letzten 40 Minuten fast aufgezeigt haben, ignoriert, beziehungsweise herausgeschoben, diese dürfen nicht vernachlässigt werden, alles, was eingeführt wurde, alles, was getan wurde, muss eigentlich seit März 2020 alle Umsetzungen, die pandemiebedingt getan werden, geprüft werden, getestet werden, passen die in unseren Prozess, wie sind unsere Prozesse, was müssen wir an den Prozessen anpassen, damit es funktioniert, wie prüfen wir diese neu eingeführten Prozesse auf ihre Sicherheit und können sicherstellen, dass das tatsächlich auch keine Auswirkungen auf die Angriffsfläche, auf die Sicherheit unseres Unternehmens hat. Mitarbeiter müssen durch die Homeoffice-Arbeit, dadurch, dass sie mehr im Ziel sind, noch mehr im Fokus sind, noch konsequenter geschult werden. Das heißt, Mitarbeiter sind mehr denn je der wichtigste Verteidigungsball, den wir im Unternehmen haben und wir haben oft bei Schulungen, dass wir dann auch mit Kunden darüber reden, ja, aber wenn wir die nicht frontal machen können, die Schulung macht es, dann sind diese Schulungen durchzuführen, wenn wir die nur virtuell machen können. Aber das ist genau das, was so ein Angreifer abzielt, dass eben Dinge nicht gemacht werden, weil es nicht vor Ort geht, weil man nicht frontal kann, weil man nicht mit den Leuten zusammen sein kann. Deswegen schulen wir sehr viel virtuell, was auch sehr gut funktioniert, bei den Mitarbeitern sehr gut ankommt und es muss einfach passieren. Mitarbeiter müssen auf einen Stand gebracht werden, auf dem sie, vor allem, was wir jetzt besprochen haben, auch die Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre Arbeit, auf ihre IT, auf ihre Arbeit mit mobilen Geräten, mit Endgeräten zu Hause, was das für Auswirkungen hat und wie sie sich schützen können dafür, wie sich und das Unternehmen davor schützen können, dass tatsächlich Informationen abfließend in Unternehmen angegriffen werden kann, was eventuell ja auch ihre Arbeitsstelle gefährdet, in der aktuellen Situation, in der Unternehmen sowieso angeschlagen sind. Die Lücken, die jetzt entstanden sind, das ist quasi der Abschluss, Satz und passt ganz gut zu dieser Folie und zum Vortrag. Die Lücken, die jetzt entstanden sind, die letzten zwölf Monate, die dürfen nicht ignoriert werden und dürfen nicht, wie alle weiteren Anpassungen und Investitionen auf die lange Bank geschoben werden, weil dann kommt irgendwann das böse Erwachen und wie viele Unternehmen jetzt noch einen Ransomware-Angriff überleben würden, will ich nicht einschätzen müssen. Damit sind wir auch am Ende des Vortrags. Sollte es noch offene Fragen geben oder habt ihr irgendwelche Themen, die sie besprechen wollen, gerne raus damit, gerne noch erwähnen. Genau. Ansonsten bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Ja, ein Hinweis, der gerade noch im Chat kam, war, wird ja auch zunehmend schwieriger, auf mobilen Endgeräten irgendwo Phishing-Angriffe zu erkennen, klar, weil diverse Informationen nicht angezeigt werden. Ich kann mir schwierig auf einem Handy, Mail-Client, irgendwelche Header-Informationen von der E-Mail anzeigen lassen. Also das wird auch zunehmend schwieriger. Ich möchte da natürlich, also auf den Mobilgeräten ist natürlich der Fokus gelegt auf User Experience und nicht unbedingt auf mach es richtig sicher. Aber das ist wie immer ein Kompromiss zwischen der User Experience und der Sicherheit, den wir irgendwo gehen müssen. Genau, falls es sonst keine Fragen mehr gibt oder Themen aus dem Publikum, wie gesagt, nochmal von meiner Seite aus recht herzlichen Dank für die letzte Dreiviertelstunde, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, vor allem auch fürs Beteiligen, hat mir sehr Spaß gemacht, das werden wir wahrscheinlich öfter machen, dass wir die teilnehmenden Personen mit einbeziehen, vor allem auch die Rückenmeldung der teilnehmenden Personen. Finde ich sehr gut, wie gesagt, mir hat es sehr gefallen. Vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Sehr kommunikativ, sehr interaktiv, mir auch sehr gut gefallen und ich hoffe, Sie haben alle ein paar wichtige Informationen mitgenommen und gehen gestärkter durch die kommende Zeit. Jetzt ist das noch jemand. Dankeschön. Genau. Dann allen noch einen schönen Tag und bleiben Sie alle gesund. Tschüss. Tschüss.